Bereits Anfang März hatte die Vollversammlung der Vereinten Nationen den Angriffskrieg Russlands in einer Resolution verurteilt und einen Abzug der Truppen gefordert. 141 Staaten stimmten dafür, nur 5 dagegen. Doch so eindeutig dieses Votum war, so wenig konnten die Vereinten Nationen bislang tun, um den Krieg zu stoppen. Heute musste die UN-Vollversammlung erneut über Resolutionen entscheiden. Weiter zu Christiane Mayer für uns in New York. Gerade wurde über diese Resolutionen abgestimmt. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ja, in der Generalversammlung wurde die Resolution abgestimmt, die die Ukraine eingebracht hatte. Die bezog sich auf viele Punkte, die vorher schon Frankreich und Mexiko ausgearbeitet hatten. Und diese Resolution, die humanitäre Resolution, die den Krieg als das benennt, was er ist, und auch fordert, dass die Kampfhandlungen sofort aufhören, diese Resolution wurde mit 140 Stimmen angenommen. Das ist eine sehr hohe Zahl, eine überraschend hohe Zahl, fast schon. Bei der letzten Resolution waren es 241. Diesmal gab es aber eine konkurrierende Resolution, die jetzt in diesen Minuten abgestimmt wird. Aber man ist sehr zufrieden, gegen die Resolution, diese humanitäre Resolution gestimmt haben, erwartungsgemäß Russland, Belarus, Syrien und Nordkorea. Und wer noch? Eritrea, genau wie beim letzten Mal. Das sind also diejenigen, die gegen die Resolution gestimmt haben. Es gab auch 38 Enthaltungen, darunter China, aber alle anderen haben sich dafür ausgesprochen. Und das ist eigentlich für die Generalversammlung ein großer Sieg. Das heißt, die Mehrheit der Welt steht auf der Seite derjenigen, die jetzt fordern, dass dieser Krieg stoppen muss. Und vor allen Dingen auch, dass man Zugang für humanitäre Korridore schafft, dass man es ermöglicht, dass die Menschen versorgt werden. Und dass man auch ganz klar benennt, wer der Verursacher ist und somit eigentlich einen Weg zeichnet für die Hilfsgruppen auch und Truppen, die kommen wollen und den Menschen vor Ort helfen, versorgt zu werden. Im Vorfeld hatten da schon einige sich zu Wort gemeldet. Und vor allen Dingen ein Kanadier ist da hervorgestochen. Der kanadische Vertreter in der UN, der hat gesagt, wir müssen das benennen. Es kann nicht sein, dass wir, wie China das sehr häufig tut, nicht sagen, wer diesen Krieg verursacht hat. Und jetzt ist ja auch eine ganz klare Abstimmung vollzogen worden. Aber kurz danach gefragt, weil Sie auch sagen, China hat sich enthalten. Wie ist denn das zu deuten? Wie fest steht China da noch an der Seite Russlands? Ja, das ist gar nicht so einfach einzuschätzen. Die Chinesen lavieren ganz schön herum. Es gab ja gestern Abend eine Resolution im Sicherheitsrat, die von Russland eingebracht worden war. Und diese Resolution hatte den Krieg überhaupt nicht benannt. Die war eigentlich so aufgestellt, als wäre diese Situation in der Ukraine einfach über das Land gekommen wie eine Naturkatastrophe. Und da gab es eigentlich nur eine Stimme im Sicherheitsrat. Die mit Russland gestimmt hat. Und das war China. Das war das erste Mal. Sonst, bei allen anderen Resolutionen, hat China sich eben enthalten und zurückgehalten. Und immer wieder betont, man lege ja Wert auf die Einhaltung der Charter der Vereinten Nationen, die ja Gewaltverzicht vorsieht. Und auf die Einhaltung der territorialen Integrität. Das wird gebissmödenhaft wiederholt. Und China hat sich aber immer quasi drum herum gedrückt, den Aggressor zu benennen. Und immer wieder gesagt, ja, beide Seiten müssen gehört werden. Beide Seiten müssen auf Gewalt verzichten. Beide müssen sich zurückhalten. Und damit laviert, wie gesagt, China ein wenig herum. Und man hat den Eindruck, es wartet eigentlich, wie sich das entwickelt. Viele hier in New York glauben, dass China informiert war über die Attacke, die Russland auf die Ukraine begangen hat und jetzt selber ein wenig überwältigt ist von dem, was daraus hervorgeht. Aber China versucht eben zu verhindern, dass es eine geopolitische Veränderung gibt. Das ist aber schwer ablesbar. Sehr häufig sind die Beiträge Chinas kurz und eigentlich auch sehr übersichtlich, was den Inhalt betrifft. Nämlich genau das, was ich schon genannt habe. Sodass man eigentlich noch nicht so ganz richtig erkennen kann, wohin es geht. Zu Hause allerdings wiederholt China die russische Propaganda im eigenen Fernsehen. Also es ist so ein etwas zwiespältiger Weg, den das Land da geht. Vielen Dank, Christiane Mayer, für diese Einschätzung nach New York. Gerne.